So, jetzt bin ich im Gefängnis. Was machst du im Gefängnis? Was zum Teufel, wo bist du? Ich bin im Gefängnis. Verdammt, ich bin auf einer Insel. Was für eine Insel? Auf Booty Island. Okay, was machst du da? Wo bist du grad? Ich steh mitten in der Zelle. Da liegt ein Gefangener. In der Zelle nebenan? Ey, das ist nur noch das Gerätten. Glaubst du es nicht? Ein Skelett? Du liegst jetzt in einem Toten? Ja, aber so tot ist er auch nicht. Ich benutze jetzt den Stock mit dem Bein von ihm. Oh mein Gott, das ist so gefährlich. Bist du sicher? Ich befördere ihn direkt in meine Tasche. Pass auf, ich darf jetzt springen. So eine Knochen. Achtung! Scheiß auf den Kopf! Aber ich benutze jetzt den Knochen. Und du weißt doch eins, oder? Hunde stehen auf Knochen. Oh Gott! Du spinnst! Das kann doch nicht funktionieren. Doch, der Hund mit den Knochen ist sogar hierher gerannt. Pass auf, jetzt bin ich mit dem Schlüssel. Hahaha! Yeah! Wir finden den Schlüssel. Okay, das ist jetzt egal. Bitte komm da jetzt raus. Ich hab auch die Einkäufe. Du bist mit den Einkäufe in den Knast. Ich hab jetzt gar nichts mehr. Ja, eigentlich war es keine Einkäufe, sondern geklaut. Ich war im Knast wegen dem Mord an Geisterpirat Lechak. Für die Verwendung von Hexenkräften an Lagula Grande, den Diebstahl von Kleidung und medizinischem Haarsatz. Für diese Hexenkräfte? Grabräuberei, Hausfriedensbruch, Entwendung fremder Gegenstände, nicht genehmigten Ausgang aus einer Verwaltungsanstalt und der Freilassung eines gefährlichen Reptils in einer besiedelten Gegend. Ebenso wurde ich auch gesucht zur Befragung betreffend dem Verschwinden einer Seehilfe. Ich hab das Zeug aber alles dabei, mach dir keine Sorgen. Ich bin jetzt auf dem Schiff und Captain Bradley bringt mich heim. Schatz, ich glaub du trägst durch. Ich weiß noch, wo die Island ist. Was für ein Island? Die Insel, man. Kennst du die nicht? Damit du dir keine Sorgen machst, geh ich jetzt direkt zu den Piraten am Hafen. Was für Piraten? Was ist das denn für ein Unsinn? Warte, bist du wieder mit Dennis und Sebastian unterwegs? Nein, Dennis zockt heute wie Louis. Ich hab ne Holzpolitur. Die hab ich vor dem Schreiner gerauft auf der Insel. Aus Cap Island. Und ich benutze die Holzpolitur mit dem Holzbein des Piraten, der schläft. Ich hab mir ein Rollstück gegeben. Ich benutze die Holzpolitur auf Holzbein. Wer freut sich, pass auf. Ciao. Herzlichen Dank. Ein Goldstück? Und jetzt gibt es noch ein Rollstück. 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 Und jetzt gibt es noch ein Rollstück.